Ey, die haben die kaputt gehauen. Siehst du den Norte? Der landet in deinem Arsch, wenn du dich nicht weißt. Was ist denn das für Wendertascherei schon wieder? Wer redet hier eigentlich die ganze Zeit mit uns? Ich hör gar nichts mehr. Ist ja immer noch das Skelett, was man das Murder genannt hat. Das ist schon ein Stück in deinem Kopf. Der Schild. Dann musst du einfach in Zukunft irgendwie rumhalbern und ich stehe einfach nur daneben. Das ist aber nicht dasselbe. Er redet ja. Wir waren nur kurz in der Höhle, warum sind denn jetzt hier Banditen? So läuft das halt. Die Welt dreht sich nicht. Wenn man nicht da ist. Du meinst, für die Welt bleibt geschehen, wenn wir nicht da sind. Oh ja, stimmt. Wenn das jetzt die ganze Welt dreht, wenn wir nicht da sind. Oh, jetzt ein Buch. Ja. Hast du das Buch? Ich jetzt. Äh, noch nicht. Ja. Ich hab das doch schon jetzt. Ja, okay. Dann sag ich das doch. Du hast doch gesagt, nein. Ja, dann hab ich's eingesammelt und dann bist du noch mal dahin gegangen und dann nochmal da rum drauf, ey. Du glaubst, wie lange das braucht, um das zu lesen, ey. Ich weiß doch, wie du die Bücher liest. Ja, ich hab entschieden, den nicht zu töten. Ich werde ihn umbringen. Ich schon. Was war denn das für ein lamer Spruch, ey? Helden töten nicht. Was war denn das, ey? Wie sollst du denn dann das Böse besiegen, wenn du das nicht tötest, ey? Aus. Ja, da bin ich auch grad runtergesprungen. Was ist das hier? Das ist ne Biene. Musst du hier rein? Ja. Warum muss ich hier nicht rein? Weiß ich doch nicht. Denk wir uns ja an. Ich such ne Erzala, da ist ne Erzala. Das ist ja richtig geil, deine Story. Nein. Nein. Einfach nur aufgezeigt, ey. Ja, Frau. Arbeite. Ich Mann, du Frau. Und eine Kammer eine Quest abgeben, noch. Wer verfolgt mich denn ja noch? Ich kann nicht auf mein Pferd. Na, ich verfolge dich. Und deswegen euch die Kampfmusik. Oh, ihr Scheißgeber geht da mal weg, ey. Wo muss ich hier rein? Da oben, oder was? Warum war mir nicht vorhin? Boah. So wie der hier König der Löwen. Ja, da kommt mir nicht so davor. Da kommt man da hoch. Ich bin hier rumgelaufen. Ist die doof? Warum man nicht da irgendwie rauf kann? Ich hab versucht, die mal ganz drüber zu springen. Jetzt stimmt ja eigentlich nicht mit dir. Quais abgeschlossen. Neue Quest. So viele Fragen. Ja, ich muss ja spülen. Die weiß halt der Boss immer. Don't be racist. Hate everyone. Ja. Was soll ich jetzt schauen? Ah, genau da. Da würde ich dir erzählen. Einer von den Star Wars YouTubern, der hat hier so ein T-Shirt ermöglicht. Eine Kombination aus zwei Memes. Aus hier. High Noon und High Ground. Okay. Das heißt, it's High Ground. Nein. Der von Obi-Wan. Der sagt ja, I have the High Ground. Ja, ja. Das ist ja schon... Manche nennen schon ihren YouTube-Kanal irgendwie High Ground. Schnappe meine Beute schnell wieder. Und dann kommentieren die. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Bei jedem Star Wars Video irgendwie... Einer nennt sich Obi-Wan Kenobi und schreibt da, hello there. Ja. Ne? Ja. Bei Grievous, ne? Ja. Im Deutschen sagt er ja, hallo, wie geht's denn so? Was ist denn das für ne Schlange da? Was ist denn das für ne Schlange da? Da war ein Duel Monster. Da war nur Hologramme. Schubu. Du musstest mir jetzt echt so ein scheiß Hologramm davon zeigen, oder was? Da kommt noch eins bestimmt. Ich weiß, wie du eine Schlange frisst. Mit ihrem Mund. Ich bin der Tiger. Ich bin der Tiger. Und wenn du eine Weile so meine Beute zu erleben. Ich bin stark, stolz und... Das wäre irgendwie überzeugender, wenn die einer von diesen Katzenbeuten wären. Ja. Tiger frisst Schlange. Irgendwie nicht, ne? Tiger tötet Tiger. Oh, die bringen sich nicht um. Ich schlag einfach sogar auf. Was ist das hier? Der Bastard. Der Bastard. Der Bär, oder? Die Wolfsschale. Jetzt kommt der Köter. Wolf risst Schlange, oder was? Ich bin der Wolf. Ich heule und das Rudel antworten. Was? Kommt jetzt hier Türkengruppe, oder was? Kommt so ein Türkenkreis. Was ist das denn? Zwei gegen einen, ey. Guck mal, der lässt mich mal Widerstand, ey. Der so funktioniert hat bestimmt, ey. Ihr seid doch scheiße. Sonst jetzt ein Tier aussuchen, oder was? Also habt ihr die Meister sprechen hören. Die nächste Frosch... Und das ist schon wieder so ein... Wider was? Ich will nicht. Möchtest du ein Dorn werden, Daniel? Ich muss einen Frosch essen. Ich will keinen Frosch essen. Ich will Frosch töten. Ich will einen küssen. Dann kriege ich keinen Ehebrecher. Ja. Ja. Aber das fand ich auch gut gestern. Da hat einer, äh... In... Ein Star Wars YouTuber hat einer so... Das ist ja auch ein geiles Meme irgendwie. Dann haben sie aus Ventures geklaut. Da sagt der eine, I have an army. Da sagt der andere, we have a Hulk. Ja, ja. Und dann hat der Star Wars YouTuber noch was da dran geschritten. I have the high ground. Ja. Und dann gibt's da noch so... Das gibt, äh... Das mit dem high ground ist zum Beispiel... Hat der selber neu gebracht. Das ist ein Froschchenkel. Da gibt's ein Video, äh... Da sagt der halt, I have an army. Äh... Ein, we have a Hulk. Und dann sagt der, Jack Sparrow, I have a jar of dance. Ja, Daniel, ich höre schon wieder ein. Wann hab ich deine Freunde entstanden? Mein Frosch... Der hat sind... Froschchenkel. Wo bin ich? Danach hab ich geschrien. Bin ich in der Hölle? Ja, das passiert also, wo ein Frosch ist. Deshalb sind die Franzosen so merkwürdig. Ja, ich schaub mich nicht, wenn ich irgendeinen Frosch fresse und dann so ein Geisterbaum auf mich zukommt. Äh, du weißt ja, wenn man einen Frosch schlägt, dann kommt man auf so einen Trip, ey. Ich weiß. Und wir haben den jetzt gefressen. Ja, wenn man... Ein Nistern schreit immer wie ein Bescheuerter, oder was? Ja, ich habe... Cool! I have... It's high ground! Da gibt's ein T-Shirt von. Ja? Da hat der Obi-Wan halt... Der Kopf von Obi-Wan mit den Klamotten von, äh... Wie heißt der Typ? McQueen? Äh... McQueen... Glaube ich. Ja, okay. Die Schlange hat immer gezaugt. Dann steht einfach... It's high ground! Wow! Was? Ist das hier bei Pocahontas, oder was? Ah, was ist das? Ach so, das war mein Schild. Ne? Also boah, jetzt bin ich nochmal mit dem reden. Das war die Schlange, der Wolf... Was nehmen wir denn? Wir sind der Wolf, deine. Wir sind der Wolf, deine. Wir sind gerufen. Uuuuh! Nimm mal Wolf, oder? Ja, ich habe Wolf genommen. Ich bin schon fertig. Okay. Ja, ich nehme auch Wolf. Was müssen wir jetzt machen? Vorsicht. Wir müssen einen Tiger fristen. Schlitz! Was wäre denn, wenn ich auch Wolf genommen hätte und alleine wäre? Ja. Na, jetzt einfach schreien müssen, dann wäre jemand gekommen. Ich höre die ganze Zeit so eine Stimme von irgendjemandem. Da ist der scheiß Baum! Ne, da ist das Skelett, glaube ich, hier. Wat? Wie kannst du das denn hören? Das ist doch schon viel. Das ist tot. Ja, ich höre dann dauernd hier irgendwie so hin und wieder ein paar Sachen. Ja, ich höre gar nichts. Ich glaube, du hast die Fröschen gegessen. Du hast irgendwas, was ich unter der Couch von deinem Vater lag und gegessen hätte. Ja, die sahen so lecker aus. Die sahen aus wie Hühnchen. Da liegt eine Schlange. Wo ist denn die jetzt schon wieder hin? Was ist denn das für ein Horrordorf hier hin? Da hat man will schon wieder irgendeinen Dreck ein, oder? Wir haben jetzt Feuer gemacht. Sind wir jetzt die Anführer? Daniel, da kommt eine Schlange. Oh, geh weg! Ah! Ich geh zuvor! Sind das der Feuerkerl, oder was? Ja, ich nehme das. Alter! Wieso kann ich das nicht machen? Ich habe ein Stück von seinem Herzen genommen. Das ist passiert. So. Ah! Oh, hier machst du gar nichts. Nein, der biebt mich. Der biebt mich rauf. Ah! Mir hat sich jetzt ein Portal getriffen. Nein! Nicht mich! Nicht mich! Warum ist denn da ein Portal offen, wenn der auch einen rausholt, ey? Ich muss sehen, was spirituell erleuchtet. Jetzt wäre König des Scholls. Er geht zum Schrei. Ne. Geh weg! Jetzt pfeifen wir uns den diesmal rein. Geh. Ja. Also dann bitte wir uns den Gehser mal rein. Jetzt kriegen wir einen Wolf als Haustier. Wenn das mal so wäre, eh? Ja, mehr einen Wolf. Ihr könnt hierher zurückkehren, so oft, ihr Wolf. Und vier alle da, wo ihr einschließt. Der Boss macht. Ihr seid fahrend als Dornen beigetreten. Super. Oh, Gewölbe. Oh. Die Krabblergrube. Wie ein Spielplatz hier bei McDonalds. Was? Das sind nur verstörende Kinder. Der Dorn ist in der Krabblergrube. Du, der steckt in der Rutsche fest. Was war das denn? Hast die Luft jetzt aus dem Raum gesaugt oder was? Was? Da hat sich so angehört. Aber schon wieder... Da hörst du halt nicht. Was? Hörst du halt nicht so'n Typen, der hier mit uns spricht? Ich hör dich? Ja, eure Opfer. Irgendwat. Ich hör gar nichts, ey. Lass mich überraschen. Ich mein, da wären. Warum höre ich diese Sachen? Was weiß ich, ey. Du hörst schon Stimmen, ey. Was ist das? Was ist das? Was weiß ich? Ich hab nicht mal verstanden, was der da gequatscht hat. Wir müssen ja schon wieder so überpowered. Ich kann spinnen, One-Shotten. Ich glaube, das ist der da gequatscht, ey. Ich glaube, das ist der da gequatscht, ey. Boah, guck, der hat mal da hinten an. Ja, der ist Aragorn. Pfff. War umgekippt, ey. Nein, der frisst... Der frisst seine eigene Leiche, ey. Haha. Ich werde überraschen. Oh. Ja, warum so zimperlich das Ding kaputt machen? Warum nicht einfach drauf treten? Oh, dieses... Ich war mir sicher, dass ich zur Heute werde. Danke. Wer bist du denn? Und weg ist er. Oh, die Schnauze. Du existierst nicht. Also ich höre jetzt niemanden mehr. Ich hab vorhin kurz eingehört, aber jetzt gar nichts mehr, ey. Ich weiß nicht, was du da für stimmen hörst, ey. Vielleicht reden auch deine Eltern mit dir. Oh, die Schnauze. Oh, da ist ein besserer Auld zeige. Oh, die Schnauze! Und da ist noch niemand. Oh, nein, das ist das nicht immer, da sitzt du. Ach, nein, da ist noch eins, ja, ja. wenn wir den angesprochen haben, höre ich die ganze Zeit stimmen. Ey, mit dir stimmt doch irgendwas nicht, ich geh mal zum Arzt, ey, ich höre Stimmen aber nur wenn ich ein Spiel spiel. Dann muss ich halt ein Spiel im Rautenarzt zusammensitzen. Hier ist ein Anker. Hier ist ein Anker, da ist ein Anker. Boah, das ist auch viel zu weit weg, oder? Ich hab den nur gehört, du. Nein, ich seh den. Ich war auf dem Weg. Ja, wo da? Ja, ich wusste es. Warum wusste ich denn, hat das hier? Hast du mich denn nicht gewarnt? Ich halte den Anker warm. Ich halte den Anker warm. Nein, nicht wenn deine inneren Stimmen dir was anderes sagen. Allein eine Sache. Vielleicht ist das einfach nur dein Gewissen, Daniel. und das ist ein Reh. Das ist ein Reh. Das ist ein Reh. Untertitelung des ZDF, 2020